Herzlich Willkommen zurück zu Folgenummer, hast du nicht gesehen, ich bin immer noch sehr durcheinander, müsste 53 sein, meiner State of Decay 2 Serie hier in der Todeszone. Wir machen weiter mit unserer Tour, die sich eher wie eine Tortour anfühlt. Es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession und ihr wisst, was vor zwei Folgen passiert ist. Dottie wollte einfach nicht mehr. Wahrscheinlich hat Eisfisch sie zu oft in Konflikte verwickelt. So, wir wollten Lebensmittel an Lardo liefern, sehe aber auch gerade, dass wir ein bisschen Treibstoff brauchen könnten, den nehme ich aber direkt hier außen. Benzikanister wird auch langsam eng. Nehme ich direkt aus dem Schließfach raus. Werden ihm die Lebensmittel liefern. Schauen, ob wir ihn aufnehmen dann oder ob der Bonus gut genutzt ist. Also, dass wir ihn behalten. Halt sie, du fährst falsch. Ja, ich weiß. Halt sie, du fährst auch scheiße. Ja, ich weiß. Das ist ein nicht zerstörbarer Zaun. Dann parken wir mal hier. Halt sie, du hast was vergessen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Hallo, Lardo. So, der sollte alliiert werden. Enklave mit nur einer Person. Ermutigung ist gar nicht schlecht. Hat den gleichen Effekt wie eine Tasse Kaffee. Hey, wie geht's? Let's see, was wir hier haben. Du hast auf jeden Fall Treibstoff. Bei meinem Verschleiß kaufe ich auch das Repair-Kit ab. Die Lebensmittel nehme ich dir auch gleich wieder ab. Bollies können auch nicht schaden. Stimms. Starke Schmerzmittel können wir aktuell auch noch nicht herstellen. Kommen sind nur 71. Das war's jetzt aber auch, Lardo. Das muss reichen. Kommando Ermutigung. Hier unter Hinweis aus der Ferne. Damit kann man halt Ermüdung entfernen. Ist nett. Kann halt hilfreich sein, wenn man anfängt, müde zu werden. Gerade irgendwie was erledigt. Und ich muss hier weg. Ansonsten, der ist alleine. Der kann sich gegen eine Horde definitiv nicht wehren. Da kommt der Dackel. Na, kommt schon. Dackel. Rechts war ein Juggy. Das ist auch eine sehr stabile Tür da. Okay, das Dackel kann man mal reinpacken. So. Zwei Seuchenherzen zum Looten. Hier ist noch der Espressostand und die Tankstelle. Was macht denn der Polzzi da? Der wird doch wohl nicht zu Fuß rüber gehen. Doch, tut er. Man soll's nicht für möglich halten. Wenn jemand hört, kann ich wirklich Hilfe nutzen. At least, es ist nicht nichts. Hier um die Tankstelle herum ist nämlich so ein improvisierter Zeltplatz. Das ist mir gerade eingefallen. Und da gibt's halt auch klein bisschen was abzugreifen. Hast du schon gar nicht irgendwelche Spezialisierungen? Ja, Schwert... Ah, deshalb bist du so gut mit dem Schwerte. Das waren nicht die Wakisashi, die dafür verantwortliche Ich bin sicher, ich kann das zu gutem Use legen. Leichte Armbrust kann man immer brauchen. Parts können wir... Oh, wir haben gar keine Waffenüberreste mehr. Schließfach. Ja, ich auch. Gut, dann gucken wir uns die überlebenden Aktivität da mal an. Aber Palty, es wird hell. Du musst ein Zeugnerz machen. Hey, ich bin nicht in der Stimmung. 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 Ich hab die Stimmung. Ich bin nicht in der Stimmung. Ah, da hinten liegt was zum Blüten. Erstmal Stelle sichern. Da ist noch einer. Hat der Boden liegt hier? Den habe ich aber auch eben gerade nicht gesehen. Ich bin doch da schon mal angelaufen. Das ist gut hier. Dann können wir auch gleich ein bisschen was aus dem Seuchenherz noch mitnehmen. Wanderrucksäcke sind immer gut. Klappspaten. Davon passt einer. Ja, starke Schmerzmittel brauchen wir immer. Wenn wir eins von den Dingern in den Kofferraum packen, dann sollten wir auch noch den Rucksack mitnehmen können. Nicht den Rucksack, den Packsack. Das ist ziemlich schwer. Drei. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Bloater stehen immer noch da. Okay. 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 Weiter geht die wilde Fahrt. Soll ich die Fahrt. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Da werden ziemlich dreckige Klamotten an. Der braucht schon saubere Wäsche in der Apokalypse. Das ist großartig. 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 Das ist ja Weihnachten. 25 Schuss, 9mm. Da sage ich doch nicht nein. Sie wird müde. Aber ich fahr da noch einmal hin. Das ist großartig. Endgültig. Da ist eine Doppelbande. Das ist großartig. Das Ding kurz ausrüsten. Mod entfernen. Die P07 Pro. Mod anbringen. Du kannst weg. Den Rucksack packen wir hier rein. Anstelle des Kanisters. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Da haben jetzt Vamos. Ausr 관심 Die Wände geht. almost vis团iffs. Die auch nichts dagegen führen Bedachtig. Hallo ? Nee, steck ich mich doch nicht. Da komm ich nicht raus. Na doch, na gut. So, und dann zurück zur Basis. Bis auf diesen Werkzeugschuppen haben wir jetzt noch fast alles durch. Ich sollte mich auf die Plage-Zombie aufhalten werden. Das ist der Feral von der Horde dahinten, der vorhin schon war. Hier ist aber ein frischer Feral, würde ich gut maßen. Da ist er. Wie? Leaving? Nee, 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 du bist gerade zurückgekommen. So, was haben wir? Munition zweimal Lebensmittel. Munition können wir reinpacken. Dann können wir für den Impaler auch gleich wieder Spitzen fordern. Aber Lebensmittel haben wir keinen Bedarf. Wir haben so viele Lebensmittel, gerade auf Helde, das ist ja... Sooo, du kannst weg, du nimmst den US-C. Was will der? Duftblock, mal wieder. Was will er dafür? Zombie-Fleisch, er möchte einen Koloss töten. Vorne war einer auf der Ecke, den könnten wir gleich machen, aber nicht mit ihr. Wir wechseln. Ich glaube, wir waren auf Eisfisch. Eisfisch hat die Rettungsmission gemacht. Hat Karen aufgegabelt dann? Nee, wer hat denn Karen aufgegabelt? Wer war denn das? Marsch? Kann das sein, dass wir jetzt Marsch unterwegs waren zu dem Zeitpunkt? Ach komm, nehmen wir Baker. Ja. Karen hat die Rettungsmission gemacht. Ich bin froh, dass ich niemandem nicht benutze bin. Bevor ich das Spielchen mache, möchte ich den Wagen komplett reparieren. Also er darf zumindest nicht mehr rauchen. Komplett reparieren wäre utopisch. Schalte einen Koloss aus. Und ich meine, bei der Horde hier vorne war ein Koloss dabei. Da ist auch ein Bloater. Nee, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da unten im Wasser wäre auch ein Koloss. Achso, hier hat er einen gewesen. Dann fahren wir doch da hin. Mensch Ramirez, sag doch das. Freies Feld ist immer noch der feste. Da ist er. Da ist er. Das ist er. Kann das sein. Danke, danke. Danke, danke. weil ich richtig gezählt habe, fünf, sechs, acht, ja, durch den Bügel eben auch ziehen wir mal wieder hier hin neun einmal so richtig daneben ja 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 where is this you really came through amigo here is a little something as a reward Ja, das ist doch mal zumindest ein kleines Erfolgserlebnis hier am Ende dieser Folge, die euch hoffentlich gefallen hat. Wenn dem so sein, Leute, sollte dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich danke euch und wünsche alles Gute, euer Pais.